Oh, geht direkt los. So, okay, Leute, ich möchte nur noch mal anmerken, ich habe zwei Wochen kein DVD gespielt, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich krieg's auch hin, Jens zu machen. Ja, damit überqualifizierst du dich schon mal. Yay! Yes! Es ist ja auch... Und ich bin an derselben Stelle wieder gespawnt, ich sag's ja mal. Wir haben Korrupt. Okay, na dann, ab auf den Boden. Ha! Das ist der Daco. Oh. Nee. Nee, im Blythe. Oh, ich vergess es. Also, wenn du vom Killer-Check die Straße hochrennst, links, da war noch ein zweiter Gender blockiert, sind alle drei Gems blockiert von der Killer-Check hochwärts die Straße. Ja, ich bin jetzt da, wo der Blythe gespawnt ist. Ja, Blythe sucht mich. Oh Mann, hat er weg. Hat er ihn nicht gefunden? Hihihi. Liebe Mates, äh, self-aware. Und... Boom, tausend Punkte. Die Leid ist weg. Das ist ein Hauptgebäude. Aber der Käfig atmet sehr laut, hab ich den Eindruck. Ja. Okay, das ist neu, dass ein Jen hier in diesen Pavilions spawnen kann. Die Leid ist wieder bei mir. Der Random ist, der Random ist bei mir, der hat, ähm... Daneben. Äh, Vigil. Hat er dabei. Ja. Er hat mich verloren. Jo, warum kam der denn da lang? Würdest du mich verarschen? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war Paletten blockiert, ne? Ja, ja, ja. Okay. Front Control war das das andere, was ich gerade dachte. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Hauptgebäude, ich hab Api. Ich auch. Ich hab mich gerade nicht gesehen, aber nicht gesehen. Was? Ich kann meine Maus nicht drehen, was ist denn los? Ach, Mann, ich hab keinen Bock mehr für mich, ey. Komm, Rani, wir schaffen das. Ey, da hast du zwei Wochen lang nicht mehr gespielt und machst einfach voll das. Ich bin voll die Noten los. Es könnte sein, dass er Pop hat. Ich kann mal... Ja. Ich bin exposed. Er geht ins Hauptgebäude. Wo ist er? Ich seh'n nicht. Die sind dahinter. Ich hab' dich hauen lassen, aua. Ich hab' dich jetzt, Colmy. Wacket. Let's go. Loops. 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 Könnte Pop sein, dass er noch dabei hat? Äh, das Perk ist direkt hier neben. Äh, das Tote, meine ich. Oh Gott, wie ich das gerade überlebt hab'. Das hätt' ich nicht überleben dürfen. Das hätt' ich nicht überleben dürfen. Ich bin hier drüben auf der Checkseite, ich mach' jetzt hier drüben den Gen. Genau, bei der Checkseite. Ich mach' direkt am Check den Gen. Ich bin in der Mitte. Ich bin wieder Main. Ich geh' auch meine Toolbox gerade raus. Ich hab' den Gen wieder, er kriegt den Gen wieder. Ja. Warum will der den nur noch nicht halten? Das ist doch auch sein Problem. Ist das doch noch. Wir sind alle drei an unterschiedlichen Gens. Wenn der andere Random da den Gen fertig macht. Ja, fuck. Ah, da hab' ich mich vermuseln lassen. Scheiße, ey. Ah, fuck. Das tut mich leid, aber ich hab' noch ein Fluchsymbol. Ja, Pop. Der hat den Gen neben mir gepoppt. Der Main ist sehr weit. Der bleibt. Er geht weg. Er ist im Main. Und der kommt da hinten von mir. Nice. Man muss auch mal Eier zeigen. Oder Stacker. Je nachdem. Er hat keinen Bock auf den Loop hier hinten. Ja gut, da ist auch mal Eier zeigen. Warte, er kommt zurück, er kommt zurück. Ja, ja. Geht wieder zum Gen. Vorsicht. Ich kann mir grad'n Mad-Kid sparen. Ich heil' mich nämlich am Boden selber hoch. Es ist so lächerlich. Oh mein Gott. Du kannst den Gen da hinten am Ende der Straße sonst anfangen. Wir haben den Gen oben im Haupthaus, dann in diesem weißen Gebäude und am Ende der Straße. Gut, dann gehe ich ans Ende der Straße. Am Gottlob, da wo er keinen Bock drauf hat. Er ist noch an mir. Sehr schön. Oh, das riecht nach Adeptus. Genau. Renn da lang. Und weg ist er. Nice. Oh, ich sehe. Ich versuche euch Zeit zu verschaffen. Macht die Gents. Ich bin dran, ich bin am Ende der Straße. Und am Ende der Straße steht ein Gen am See. Ah, der ist nicht gut. Wir sind gerade alle an unterschiedlichen Gents. Ja, macht ruhig. Ich habe nur noch einen. Nein. 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 Was schreibst du so, Nick? Nick spielt doch gerade FNAF. Mein Rennen ist Hälfte. Drei Viertel ungefähr. Oh, jetzt hyperfocus mit Stakeout. Auf der Seite kriegst du mich nicht. Nope. Die Paddy musst du wegmachen gleich. Der Blatt lastet jetzt. Kannst du vergessen, ich habe gesehen, wenn es bleibt. Ein Tor ist fein. Und ich bin drei Prozent schneller vor allen Dingen. Ja, Pally ist weg. Ein Tor ist beim Shaq und das andere ist da, wo ich gerade den Gen angemacht habe. Ich bin bei der Shaq. Ich bin beim anderen Tor. Perfekt. Und ich bin Ranne. Kein Dings. Ja, der Randy ist an dem Tor hier dran. So, Mr. Käfig. Also, Don, du hast beide Optionen offen. Welche Tore? Shaq oder da, wo Felix den letzten Gen dann gemacht hat. Ich weiß nicht, wo der Gen war, ich gehe richten Shaq. Ich habe bei mir aufgemacht. Wo bist du denn? Da! Ihr seid safe, oder? Ja, ja, ja. Bäm. Und raus. Juhu! Sag doch, ich kaufe euch die Zeit. Dankeschön. Ja, das war's, Adept. Ja. Ich kann wieder mit vernünftigen Parks spielen. Ich meine, das Plot twist, das ist schon witzig. Gerade, weil ich jetzt eigentlich eine Medkit-Ladung mir sparen konnte, sag ich mal. Ja gut, aber die Map war auch bescheiden für ihn, muss man ja mal sagen. Sag die Person, die ist geschmissen. Ich will meinen Adept haben. Das interessiert mich noch nicht, was der Killer davon hält. Eben. Ja.